Das ist der Übung nicht. Nicht? Ne, nicht. Wäre ja was zum Hochziehen von der Hand, weißt du, wie ich meine? Die kommen gleich, dann macht ihr keine Sorgen. Jetzt geht es erstmal rein, dass... Ich glaube, kannst du noch nicht stehen bleiben. Mit der Kamera kann noch nichts passieren. Hast du einen starken Ball? Das ist gut, genau so. Scheiße, der guckt ja schon eher nach deinem Ball als nach dem, ey. Darum muss die erste Bewegung auch so automatisiert sein. Deshalb mache ich da drei, vier Wiederholungen. Da haben wir jetzt heute nicht die ganze Zeit. Kann ich ihn schnappen? Wenn ich kann, kann ich ihn schnappen? Du darfst sogar rüberkippen beim zweiten Ball, ja? Also im Prinzip, wenn der zu lang kommt, kannst du nur ganz... Guck mal. Statt ihn jetzt so zu fangen, kannst du ganz rüber einkippen. Schade. Das ist ganz gut. Das kommst du noch. Stark, Junge. Hopp. Stark! Sehr gut. Ich komme jetzt bald wieder im Saft. Offen mich. Klasse. Warte. Klasse. Stark. Ja, machen wir vier Stück, dann wechseln wir. Ganz stark. Wenn wir Andorffatke. Rot-gelb. Ja. Stark. Immer nur ein Ball. Sehr gut umgesetzt. Wir müssen. Geldweiß. Komm. Rot-blau. Komm. Stark. Gelb-blau. Komm. Und nach vorne. Wieder leuchte bitte. Komm. 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 Vielen Dank.